Ja, habe ich die Ehre, meine Willengruppe, Freunde, und hier ist er auch, und vielen Dank für das Einschauen und Vorbeischauen, und vielen Dank für euren richtig fetzengeilen Support, Leute. Ein Bitcoin-Chart-Analyse-Update-Video, meine Willengruppe, Freunde. Das letzte Mal waren wir kurz vor den 70.000, und ich habe es euch gesagt, ich habe es geahnt, ich werde immer nur geahnt sagen, weil wissen tue ich es nicht. Ja, und wer euch weiß machen möchte, dass er es weiß, dann sofort blockieren den Typen, Leute. Es sind alles Wahrscheinlichkeitsrechnungen, ihr wisst Bescheid, und ich möchte auch keine langen Vorworte hier machen. Wo geht die Reise hin? Wie sieht die Lage momentan aus? Was können wir, sollte man beachten? Alles rund um den Bitcoin aktuell und natürlich gegen Ende unsere 10.000 Dollar Challenge auf BingX. Ihr wisst Bescheid, BingX, unten in der Revue-Beschreibung findet ihr den Link, wo ihr euch 10% Rabatt auf die Futures euch gönnen könnt, und 20% auf die Spotkäufe, was ihr tätigt, und das natürlich lebenslange Zeitbasis. Bezüglich der 10.000 Dollar Challenge teile ich euch hier nur offen und ehrlich meine Positionen. Ja, es kann nach Null gehen, es kann aber auch sein, dass wir die 10.000 erreichen. Keine finanzielle Beratung hier an dieser Stelle, mitmachen oder kopieren auf eigene Gefahr sozusagen. Also fetzt mal hier rein, bis gleich. Also Freunde, ich versuche es euch kurz und schmerzlos zu machen. Ihr kennt meine Boxen, ihr kennt meine Zielen. Das habe ich euch hier, da ich euch hier auch auf dem Laufenden halte, auf Twitter alias X. Folgt mir sehr gerne auch hier, CryptoAvon2626. Habe ich euch das letzte Mal hier am 27. euch das hier gezeigt. Ja, da waren wir hier bei 64.000. Und in meinem letzten Update-Video, Freunde, hier sehen wir es schön, waren wir hier kurz vor den 70.000, also bei 69.590. Und hier habe ich euch erwähnt gehabt, dass wir uns hier den Kopf anstoßen könnten. Hier ist Liquidität, aber auch nicht nur Liquidität, Leute, sondern die Verkaufswand, was ich euch immer wieder gesagt habe. Und zwar hier zwischen 70.000 und hoch bis 72.000 liegen hier enorm viele Bitcoin-Sell-Order, um einfach Sell-Pressure auszulösen. Und das haben wir geschafft, Leute. Das haben wir geschafft, ja. Das hier haben wir mitgenommen, die 389 oder 380 BTC und noch mehr. Und dann ging es halt nach unten. The Sell-Pressure war zu hoch, meine guten Gruppen, Freunde. Hier haben wir es dann auch nochmal gut gesehen. Hier das gleiche bei Coinglass, Well-Order and Large Trades natürlich. Nimmt man wahrscheinlich auch die selben Order-Bücher ungefähr. Da haben wir hier exakt bei 70.000, kurz darunter 135 BTC, 44 BTC bis hoch zu 71.000. Hier auch nochmal sehr viel, 300 BTC bei knappen 72.000. Und hier nach unten war auch viel zu holen, Leute. Und das haben wir uns auch geholt. Das sind Spot-Limit-Kauf-Order. Hier waren wir bei 4 Millionen, 6 Millionen, 1 Million, also 17 BTC. Und hier auch nochmal 119 BTC, 7,63 Millionen. Das sind hier die großen Wale, die Spot billig einkaufen möchten. Hier auch nochmal, Leute. Nur damit ihr wisst, wie der Hase hier läuft und wie das Game gespielt wird. Hier auch nochmal. Bei 60.000 warten hier 200 BTC, das abgeholt werden möchte. Wir müssen natürlich nichts machen. Wir können. Also die Wahrscheinlichkeiten, wohin die Wale und die Market Maker den BTC-Preis prügeln, das schauen wir uns immer wieder an. Und deswegen habe ich hier gesagt, okay, hier könnten wir uns den Kopf anstoßen. Das haben wir dann schlussendlich auch gemacht. Und sind dementsprechend von hier runtergesaust. Hier nochmal ein bisschen hoch. Dann hat hier unsere Trendlinie, hier die grüne, nicht gehalten. Und auch nicht aktuell zumindest. Unser Short-Term-Holder Realized-Preis. Der aktuell, wenn wir hier das Ganze uns anschauen, bei 64.500 und ein paar Zerquetschte liegt. Es wäre super, wenn wir das hier wieder claimen könnten. Also wieder hochgehen könnten. Und dies dann doch nochmal als Support antesten würden. Und dann hochgehen würden. Aber aktuell, momentan sieht es nicht danach aus. Wir hatten hier unseren Liquidität abgeholt, Leute. Hier hatte ich es eingezeichnet gehabt. Zwischen 63.500 und 63.000 ungefähr waren es. Jetzt liegt die Liquidität knapp unter uns. Also beim lokalen Boden zumindest hier. Zwischen 62.000 und 62.000. Also 62.000, 200 und 62.000. Das können wir uns hier auch gerne nochmal anschauen. Das war hier. Genau, also hier liegen fast um die 300 Millionen rum. Bei 62.200 und auch bei 62.500. Das könnten wir uns nochmal holen, Leute. Das ist einfach so, wenn die Marktteilnehmer hier einfach wieder reingrinden und gehebelte Positionen oder Long-Positionen sich aufmachen. Das sehen natürlich die Market Maker. Und wenn dann genug Liquidität ist, dann gehen wir halt nochmal runter, Leute. Dann gehen wir halt nochmal runter. Hier bei VeloData im 4-Stunden-Chart zum Beispiel. Hier hat man natürlich unsere kleine Rallye gehabt. Open Interest nach oben. Also viele Longs sind rein. Das Founding eigentlich soweit auf einem gleichen Level. Und hier haben wir dann gesehen, Leute. Nochmal final nach oben. Hier, wie gesagt, fast bis zu unseren 70.000. Und dann natürlich runter. Hier die Longs schön liquidiert. Hier Founding auch wieder runter. Sogar mehr Shorts haben wir hier dann drinnen gehabt. Und was heißt das, wenn wir mehr Shorts hier drin haben im Markt? Ja, dann gehen wir ein bisschen wieder weiter nach oben. Liquidieren wir auch wieder die Shorts. Und so weiter und so fort. Binance hat hier natürlich verkauft gehabt. Hier auch Coinbase verkauft gehabt. Und aktuell seit dem 29. Juli verkauft Binance mehr. Und Coinbase, wir wissen, die Verwahrer der Großen von der Wall Street, die kaufen dann eher nach. Aber das habe ich euch auch hier bei den Limit Orders gezeigt, dass hier auch unter uns hier nochmal vieles liegt, das abgeholt werden möchte. Und das ist 100%ig von den Großen hier. Hier, wie gesagt, hier auch 194 abgeholt, 140 abgeholt, hier auch nochmal 97 abgeholt. Und das sehen wir halt einfach bei BlackRock, dass die hier genau das kaufen, Leute. Vor drei Tagen 7.000 ETH zum Beispiel, 600 BTC, 600, 600, 600, 10.000, 10.000 ETH nochmal. Ein paar ETH, okay, 538 BTC, 600 BTC nochmal gekauft. Dann hier 1.500 ETH, 200 BTC und 118 BTC. Ja, Leute, BlackRock und die Großen kaufen einfach nach. Das ist so. Und deswegen hier ein perfekter Tweet von CryptoRower. Yesterday, this man bought 111.100.000 im Wert von Bitcoin, während die anderen Panik schieben. Leute, natürlich. Die Short-Time Holder und die Neuen im Space verkaufen wieder mal abermals, hier wie wir sehr schön sehen können hoffentlich, im Minus, ja, also die Short-Time Holder Profit Loss to Exchange, also die verkaufen ihre Bitcoins im Minus an die Exchange, während BlackRock hier sich einen vor der Backe grinst und einfach diese aufkauft, Leute. Also fallt einfach nicht darauf rein. Also wohin kann es natürlich noch gehen? Ich meine, wir sind auch faddy unterwegs, logischerweise wegen dem US-Government, die hier vieles bewegt haben. Aber die letzten drei Tage zum Beispiel auch wieder gar nichts. Trotzdem hat sich hier das Profil oder Portfolio ein bisschen geändert, minus 818 Millionen. Trotzdem hält man hier noch, ja, 213.000 BTC im Wert von 13 Milliarden. Dann natürlich MT-GOX, das hier natürlich schon längst begonnen hat, ihre BTC an die Gläubiger auszuzahlen. Minus 3 Milliarden an Change, an Portfolio Change natürlich. Trotzdem hält man hier oder hat man hier noch 80.000 Bitcoin. Die letzten Tage waren hier 858 BTC weg. 33.000 BTC zu den 33.000 BTC hat man anscheinend, hat hier Arkham auch hier sehr schön getwittert. Gestern Abend wurden von MT-GOX Adresse 33.096 BTC, also was wir halt hier gesehen haben, im Wert von 2,25 Milliarden US-Dollar an Adressen verschoben, bei denen es sich unserer Meinung nach höchstwahrscheinlich um BitGo handelt. Ja, BitGo ist der fünfte und letzte Verwahrer, der mit dem MT-GOX Treuhänder zusammenarbeitet, um Gelder an Gläubiger zurückzugeben. Interessanter Fun-Fact, Leute. Wer mich kennt, der weiß diese News auch schon oder wer mich verfolgt und mein Content verfolgt, der weiß es natürlich. BitGo hat sich auf die Liste der Validatoren, also dem Governing Council Mitglied, hinzufügen lassen und validiert jetzt mit den anderen im Governing Council Mitglied eine Hedera-Note. Ja, auch mega, mega fetzengeile News gewesen, auch natürlich auf lange Sicht. Also hier ein bisschen faddy unterwegs natürlich, war natürlich Krieg im Nahen Osten, können wir natürlich auch noch dazu zählen. Ich hoffe natürlich, dass es da auch nicht zur Eskalation kommt, alleine wegen den vielen, vielen unschuldigen Menschen da draußen. Genau, und ja, weiterhin, wie gesagt, Liquidität, was uns noch nach unten sausen lassen könnte. Die Limit-Kauforder von den Großen, die uns natürlich hier auch nach unten sausen könnten oder bolzen können. CME Gap, was wir zwischen 60.700 und 58.000 haben. Und natürlich unser Gesamtkorrekturlevel, was zwischen 61.700 und 58.900 liegt. Könnte uns hier auch nochmal nach unten sausen lassen. Also Leute, mit Longs wäre ich auf jeden Fall noch vorsichtig, aber auch mit Shorts. Ich würde, wenn dann, hier einfach komplett abwarten und warte ich auch ab, bei BTC zumindest. Dann können wir uns natürlich noch anschauen, damit wir einen Rundum-Überblick haben. Den Total Market Cap, Leute. So, so sieht man es besser. Wo wir unser C-Level knapp verpasst haben und somit in der BC-Korrektur sind. Und hier auch nochmal oder öfter schon eigentlich seit dem lokalen Peak hier einmal, zweimal, dreimal, viermal hier rein sind in unser Korrekturlevel. Vielleicht können wir hier auch nochmal reinkommen. Das würde natürlich wieder für BTC und den gesamten Kryptomarkt ein paar rote Tage bescheren. Ohne BTC und ohne ETH sieht es natürlich auch gleich aus eigentlich. Ziel C knapp verpasst. BC Korrekturlevel sind wir auch hier schon einmal, zweimal, dreimal öfter. Einfach hier rein in unser Korrekturlevel. Und hier sind wir generell jetzt aktuell auch wieder drin. Was aber positiv zu bewerten ist, sind hier die M2-Geldmenge, was wieder begonnen hat hier, wie wir sehr schön sehen, nach oben zu gehen. Also es wird wieder Geld in den Markt gepumpt, China sowieso. Und bei Amerika geht es auch hier wieder schön nach oben. Das heißt natürlich auch, dass die Aktien und Risikoassets wie auch Krypto hier demnächst wahrscheinlich hochschalen könnten, müssten. Was wir hier sehen, rechts zum Beispiel USDC, was hier verbrennt wird. Das heißt, man sucht hier den Exit und deswegen wird hier auch gut ordentlich verkauft. Natürlich USDT immer wieder im Grünen, wird natürlich auch ordentlich gedruckt. Heute kommen noch wichtige Wirtschaftsdaten, durchschnittliche Stundenlöhne in Amerika, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Auch immer wieder sehr wichtige Daten und Arbeitslosenquote natürlich, worauf auch die Fed zeigt. Also es kann nochmal volatil werden, obwohl die Fed, wie wir ja live zugeschaut haben, eigentlich auch positiv dem Ganzen nach vorne blickt in Richtung September. Also positiv in Sachen Zinssenkung zumindest. Zinssenkung heißt ja, dem Markt geht es schlecht. Sie brauchen wieder Liquidität. Und wie wir sehen können, Leute, preist der Markt aktuell mit 73,5% ein, dass wir auch im September keine Zinssenkung haben werden. Da waren wir komplett noch anders gestimmt vor ein paar Tagen. Und jetzt heißt es wieder, okay, nein, die Zinsen werden doch nicht gesenkt, sondern erst im November. Also sehr, sehr, sehr interessant. Auch das könnte natürlich auch ein Katalysator gewesen sein, dass wir jetzt hier mehr oder weniger überall ein bisschen crashen. Auch die Aktienmärkte, ja, hier überall S&P 500, Nasdaq und so weiter. Crashen momentan auch die Aktien natürlich. Tesla, Nvidia, weil Tesla zum Beispiel, ja, kommen wir schon. Gefährlich nah in unsere Korrekturbox rein. MicroStrategy und Apple, also alle momentan am Fallen. Bei Ethereum haben wir endlich mal wieder auch positive Zuflüsse gehabt. Sehen wir auch hier zum Beispiel 1. August 26 Millionen. Am 30. waren es 33 Millionen und am ersten Tag waren es 106 Millionen, immerhin. Und ansonsten fiel es eher mau aus. Bei ETH sieht es momentan so aus. 0ABC-Bewegung. Wir haben hier perfekt unser Ziel-Level erreicht. Dann sogar überexpandiert bis zum 2,61er. Und dann haben wir hier unser Pattern gehabt und zack, nach unten rein in unsere Gesamtkorrekturbox. Da haben wir uns ein bisschen hier verweilt. Dann wieder hoch und zack, wieder rein in unsere Korrekturbox, wo wir jetzt aktuell verweilen. Und ich denke auch, dass wir hier diese Korrekturbox halten sollten und dann wieder mehr hochschauen sollten. Ansonsten zu BTC, wie gesagt, es gibt viele positive News auch täglich schon fast rund um BTC. Michael's Regime möchte zum Beispiel 2 Milliarden wieder nachkaufen. Wie gesagt, Zinssenkungen kommen wahrscheinlich auch dieses Jahr noch. Dann natürlich, was wir auch live uns angeschaut haben, Zusammenfassung von Trumps Rede. Da hat er auch wirklich, wirklich positiv einfach geredet. Aber ich denke, das war auch nur, weil er wusste, was die Masse bezüglich der Kryptobesitzer hier hören wollten. Und dann natürlich Vanek, CEO, sagt, ja, 350.000 bekommen wir hier bei BTC. Also die Hälfte vom Total Market Cap des Goldes hier haben werden. Also die Großen sind auf jeden Fall Bullish und kaufen ein und setzen ihre Limit Orders ganz unten. Genau dort, wo die Masse halt verkauft. So, und damit ich hier zum Ende komme, unsere Mach aus 500 USDT, 10.000 USDT Challenge haben wir endlich erreicht. Und zwar unsere Tower Position. Und das sehen wir dann schlussendlich hier. Wir sind hier reingewickt. Es war wirklich echt interessant. Ja, einmal, zweimal haben wir hier das Ganze nicht erreicht gehabt. Ja, hier unsere Anfangsphase hier. Einmal und zweimal hier knapp nicht erreicht. Vielleicht dann doch nochmal rein und unsere Kauforder wurde getriggert. Also unsere Longorder wurde getriggert. Aber wie ihr seht, kommen wir hier jetzt gefährlich nah wieder rein. Ich habe das Ganze jetzt schon hochskaliert. Also mein Stop Loss auf Einstiegspreis hochskaliert. Seht ihr eh hier schon Stop Loss hier. Bei unserem Einstiegspreis werden wir hier getriggert. Dann sind wir bei 0. Also risikofreier Trade war das dann. Und dann haben wir hier im offenen Order unser zweites Target bei Tao, was bei 258,61 Dollar triggern wird. Mit einem engen Stop Loss natürlich. Und wenn uns das auch triggert, dann, Entschuldigung, also der Nächste wäre bei 269,11. Und wenn wir dort getriggert wären, also unser Stop Loss getriggert wird, dann kommt bei 258 das Letzte raus. Was es eventuell anlaufen könnte. Ihr seht es hier eh schon. Unser zweiter Limit Order hier, unser dritter Limit Order hier und unser vierter Limit Order hier. Unser erster wurde ja schon getriggert. Und das gleiche hier bei CAS zum Beispiel. Geben wir auch um CAS ein. Hier habe ich einen Fehler gemacht, deswegen hier Buy Order und Sell Order ganz schnell wieder zugemacht. Weil ich auf dem Handy hier nochmal was eingestellt habe. Und da stand halt statt Limit Markt. Also hier musst du ja auch auf jeden Fall immer wieder aufpassen. Also ist nichts passiert. Und da habe ich halt jetzt zwei Limit Order gesetzt. Bei 0,1874 und bei 0,1851. Und das sehen wir dann schlussendlich auch hier abstimmend mit unserem Trading View, wenn man es so sagen will. Und da warte ich halt dementsprechend auch hier nochmal auf diese zwei Einstiegspunkte. Ich habe jetzt hier ja wieder, weil ich da unser Margin hier auch wieder rausgenommen habe oder rausnehmen durfte. Bei unserem Tau Trade habe ich jetzt hier wieder 135 USDT. Aber mit dem mache ich jetzt mal nichts. Ich warte noch ein bisschen auch, weil ich BTC noch nicht so ganz vertraue. Und dann schaue ich, wo ich in die Reise gehe. Und dann gucken wir uns ein paar Trades wieder an. Und wie gesagt, ihr könnt hier live mit dabei sein. Ob wir hier die 10.000 schaffen oder einfach die 500 verballern. Ich experimentiere hier auch ein bisschen rum und nicht mit meinem privaten Trades. Ja, BingX Rabatt, Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Nicht vergessen, Leute, falls ihr da erstens mal mitmachen möchtet. Keine finanzielle Beratung natürlich. Und wie gesagt, 10% Rabatt auf Future Trades und 20% Rabatt auf eure Spot Trades. Also Spot Einkäufe und Verkäufe. Richtig geile Börse. Ich brauche dazu nicht mehr zu sagen. Und dementsprechend weiterhin klug investieren, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis, bis, oja, a vol.